Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja, da schreiben Sie schon immer einen Rekki, ne? Das hat's mal jetzt in sich, sag ich mal. Also ich hab schon wirklich die tollsten Sachen dabei rausgefischt, das sag ich Ihnen. Mal gucken, was hier drin ist, das sieht ja ganz gut aus, das Paket. Nichts anmerken lassen, nichts anmerken lassen, der Putzverwissen ist eine brillante Tarnung. Alles ist ganz normal. Jetzt mach ich gleich wieder zu. Herzkirschen. Verliebte, wa? Verliebte. Mögen Sie Herzkirschen? Möchten Sie mal eine probieren? Kosten immer. Nö, zum Kosten? Ich nehm auch mal eine. So, komm mal essen. Ich tu ich wieder rein. Möcht' ja keiner. Möcht' ja lecker. Schönen Dach noch, ne? Ja, irgendwann. Schönen Dach noch, ne? Ja, irgendwann. Schönen Dach. Schönen Dach. Schönen Dach.